Norddeutscher Rundfunk 2021 Ui! Wow! Hohoho! Wuuu! Mal ein dezentes Erfemmel! Okay! Wow! Anthony, die Disco-Kugel. Wenn nach mir geht, steh ich am Ende da und bin der neue Gewinner. Wow! Wow! Das ist ja toll! So dezent! Ich hab gedacht, ich fall heut mal nicht auf. Ja! Mal ganz schlicht! Super! Hast du das selbst gemacht? Das hab ich selber genäht, ja. Selbst gemacht? Wahnsinn! Erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin der Anthony, 27. Aus der Nähe von Karlsruhe komme ich her. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Lady Gaga. Lady Gaga! Okay, das erklärt auch ein bisschen, dass du natürlich so ... Ja? Wow! Hast du so einen Wälzer wie Lady Gaga jemals dann auch kennenlernen dürfen? Ich bin immer an den Hallen gestanden, hab gewartet, bis sie irgendwann rauskommt. Also ich bin so ein klassischer Groupie-Fan, der dann da auch kämmt und so. Und eines Tages fuhr sie eben nicht weg und schickte den Bodyguard raus und meinte, dass ich zu ihr kommen darf. I want your stupid love, love Und das erste Mal getroffen hab ich sie 2012 in Köln vor der Lanxys Arena. I want your stupid love, love Für mich macht das besonders, dass sie so diese Fan-Nähe für sich bewahrt. Obwohl sie so ein Megaster ist, das eigentlich gar nicht mehr nötig hätte. We got a stupid love, love, love Mittlerweile hab ich sie tatsächlich zehnmal getroffen in der Zeit. Also sie erkennt mich, erinnert sich wieder. Das war viel hatte Arbeit, aber es war mir einfach wichtig. Und ich hab immer geglaubt, dass ich das schaffen kann, auch wenn ich dafür viel ausgelacht worden bin. Super. Du hast das richtige Outfit. Ich bin gespannt, wie du singst. Ich bin der Meinung, dass man, wenn man sich auf die Bühne stellt und einfach nur singt, dann muss man einfach die Granate sein, dann muss man die Bombe sein, die einfach einschlägt. Ich will dich ugly, ich will dich disease. Ich will dich alles, so long wie es frei ist. Ich will dich lieb, love, love, love Ich will dich lieb. Walk, walk, fashion, baby Work it, move that bitch crazy Walk, walk, fashion, babe Work it, I'm a free bitch, baby Ich will dich lieb Das ist dein Ding. Das ist ein sehr geiler Typ. Wie lange hast du das geübt, dass die Pyro genau so lange geht, bis der Song zu Ende ist? Schon ein paar Mal, ne? Schon ein paar Mal, ja. Du hast dir hier richtig Mühe gegeben. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Stimmlich kam da natürlich sehr wenig raus. Bei dir klang es für mich wie ein Background-Tänzer, der auch ein bisschen mitsingt. Wie du aussiehst, ist so ausgesprochen. Und du traust dich dazu, das zu machen. Ich find das großartig. Aber deine Stimme bist du noch zurückgehalten. Dann sag ich leider nein. Tobi, sagst du ja oder nein? Also für heute sag ich nein. Leider heute. Dreimal nein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Cooler Typ. Aber stimmlich. Halt, halt. Das Video ist noch nicht vorbei. Habt ihr Lust auf noch mehr Gesang und Musik? Dann schaut hier oder klickt hier, dann kommt ihr direkt zu allen Shows auf RTL Plus. ENDE Jusprig. 1 Aja. 4 2 1 2 1 1 1 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020